Dass man sich seine Verwandten nicht aussucht, trifft in unserem Fall nicht zu. Als ich Ruth kennenlernte, war sie 73, ich 29, eine Differenz von 44 Jahren. Es stand also reichlich Lebenszeit zwischen ihr und mir, aber ihr bot man nicht ungestraft den Sitzplatz an. Ihr hielt man die Tür besser nur dann auf, wenn sie keine Hand frei hatte. Und man nahm ihr höchstens etwas ab, wenn sie ausdrücklich den Befehl dazu erteilt hatte. Tante Ruth war eine Halbschwester meines Vaters aus der ersten Ehe des Großvaters. Und ich war überzeugt, dass niemand unseres Zweigs der Familie sie vorher kennengelernt hatte. Mein Vater wusste, dass sie existierte. Seit Großvaters Tod auch, dass sie ein Hotel an der Ostsee betrieb. Bei der Hochzeit eines Vaters hatte er es mir dann nach dem siebten Glas Sekt erzählt. Nein, da war kein dunkles Geheimnis, versicherte er. Nur ein blutjunger, ratloser Witwer, der sein Kind in die Obhut der Schwägerin gegeben hatte. Und später seine neue Familie nicht mit einem weiteren Mitglied belasten wollte. Ob der Großvater es sich da nicht ein bisschen einfach gemacht habe, fragte ich meinen Vater. Und ob er selbst nie neugierig gewesen sei auf die unbekannte Schwester. Zumindest auf eine mögliche andere Version der Geschichte. Aber er zuckte mit den Schultern, sagte nein. Und das sei nur eine von tausenden solcher Geschichten aus dieser Zeit. Ich kannte meinen Vater gut genug, um ihn nicht weiter zu bedrängen. Und so nahm ich mir vor, der Sache irgendwann selbst nachzugehen. Was ich aber bald wieder vergaß, weil ich mich verliebt hatte und glaubte, Wichtigeres herausfinden zu müssen. Bis mir dann eines Tages wieder einfiel, dass es diese vergessene Tante gab und ich mich auf den Weg machte. Einfach so. Naja. So einfach nun auch wieder nicht. Man kann sagen, dass ich an diesem Tag in keiner optimistischen Grundstimmung war. Wie es aussah, würde ich an meinem 30. Geburtstag arbeitslos, alleinstehend und auf Wohnungssuche sein und komplett selber daran schuld. Kombüse Kajüte stand in Großbuchstaben aus Bronze über einem der Türstürze. Zwei Stufen, ein verwinkelter Flur mit Garderobe, links eine weiß gestrichene Tür, rechts eine in dunklem Holz. Hinter der Holztür dudelte Musik. Sanfte Trompetenklänge, Begleitete und Flöte und Klavier wandten sich trübsinnig um eine Melodie, die mir bekannt vorkam. Ich blieb stehen, lauschte. Jetzt ein Saxophon. Mein Vater liebte solches Zeug. Papas Wochenend-Jazz kam hier so unerwartet, dass es fast tröstlich war. Ich drückte gegen die Tür mit der Aufschrift Kajüte. Ein Schankraum mit Holzstühlen, rot gepolsterten Sitzbänken, Kerzen in alten Messingleuchtern auf rustikalen Tischen. Auf den Fensterbänken lagen vereinzelt Bücher. Gebundene Ausgaben, die an den Rücken mit Nummern versehen waren, als handelte es sich hier um den Leseraum einer Bibliothek.